Jo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen und weiteren Folge Rainbow Six Siege, diesmal auf Clubhouse mit dem altbekannten Trupp Ares, Sarah, Noaim und Olaf. Ja Leute, wie geht's, wie steht's, was macht das Leben? Joa, joa. Mensch, wie beautiful die Antwort war. Dankeschön. Ich glaube, ich hatte gerade das Gefühl, dass auf einmal entweder mein Internetkurs hing oder so, auf einmal war es so schnell hintereinander gesagt. Ich fragte dich so, hä, was hast du jetzt so schnell geredet oder war einfach mein Internet weg? Ich glaube, ich rede dann immer ein bisschen schneller. Nö, ich war jetzt gerade ganz auf tiefen und entspannt, das war gut. Okay. Ja, doch. Ich lerne. Vom Besten. Ja. Let's go. So, ich habe Bandit-Geschmandit dabei. Ich dachte gerade schon, Olaf hat fünf Kills schon. Ja. Dann wirst du den ganzen Tag noch nicht sehen. Jetzt hat er 20. Oh, wie kann das denn sein? Ja, das sind ja die Punkte, fiel mir dann auch auf. Mhm. Wenn ich halt zum Kills mache, dann gehe ich in den Feierabend. Also in den Feierabend. Ohne Rotation arbeiten. Ähm, Mute. Doch eigentlich mit Rotation, ne? Äh, eine. Ich brauche einen Mute-Jammer hier in CC. Wo? Ähm, zieh mich nach Richtung Stairs. Ähm, jetzt bin ich gerade am Nachfragen wegen Mute. Willst du es nicht lieber an, äh, ans Drohnenloch stellen? Ne. Der Mute-Jammer soll verhindern gerade, dass die Wards gebrischt werden. Ich bin doch Bandit. Ich mach doch Active. Ja. Doppeltate besser. Vertrau mir einfach. Ja, wenn die Twitch haben, dann ist es gleich hier vorbei. Wenn die Twitch haben, dann ist das so. Ich bin bei dir. Ich hab eher Angst vor dem Window, aber ich versuch's so ein bisschen zu halten. Ja. Genau deswegen. Ja, jetzt breachen die. Ja, bin weg. Jackal draußen, outside. Window. Jackal sicher. Hey. Oh, da ist noch einer. Jackal ist noch. Ah, nee, Jack ist fast so. Okay. Oh mein Gott. Pinker ist noch outside, linke Seite eher. Äh, äh, Flores ist auf dem Dach. Ja, ja. Oh man, ich treffe aber auch nichts. Mann. Flores auf dem Dach. Ist gedroppt. Wahrscheinlich outside. Ja, outside Jacuzzi. Finca, rechte Seite. Auch Flores, for the bridge jetzt. Ich sag Bescheid, wenn sie reinkommen. Die Drone. Kommt hin, also. Fährt gerade in den Gym rein. In den Gym rein. Die Drohne. Einer ist drin. Hier pinkt fünf. Geht in den Gym rein. Ja. Das war ja. Aber die hatten auch gar nicht Twitch dabei, oder? Nein, die haben eine Granate durch, äh, durchs Drohnenloch geschmissen. Ja, das, äh. Dadurch war der Mute-Jammer weg. Und dann wurde ich von Jekyll, von, äh, Gym, ähm, Window weggeholt. Scheiße. Ja, egal. Machen wir nochmal. Deswegen konnte ich den Breach nicht zuhalten. Die ist mal schön, liebe Leute. Ich nehm Castle mit. Ich will nicht mehr nötig, ich hattest nämlich nicht, wo die Distinxen. Dann haben wir nichts, um den Breach zu zahlen, richtig? Ich versuch's ein bisschen mit Tuber zu halten, aber. Okay. Ja. Ich mach die Castle Wall aber erst später hin, dass die, dass sie nicht raffen, wo ich die hinsetze. Du hast Bock auf nen Überraschungs-Moment. Ja. Überraschung. Surprise. Oh, nice. Der Top-Frager von dir ist raus. Schmackhaft. Das war nicht der Jekyll, ne? Du, Andrew, bist sehr leise. Das war nicht der Jekyll. Ich spreche ins Mikrofon, also jetzt kann ich nicht keiner mehr. Nee, mich kann auch davor keiner atmen, klar. Ich hab da vorne ins Mikrofon gesprungen. Gefühlt sind meine In-Game-Sounds lauter als Noeim. Was? Ich hör dich nicht mehr, die In-Game-Sounds sind so laut. Nee, Spaß. Soll ich irgendwo noch aufmachen oder so? Ja, ich überleg gerade. Vielleicht hier so für die Füße? Genau. Nur so oder komplett die ganze Reihe? Nee, ich würd' sagen, das passt so erstmal. Na, die werden wieder das gleiche abarbeiten. Okay, nee, komm bei mir tatsächlich diesmal rein. Das heißt, bei dir? Sisi. Ich rotier jetzt mal nicht. Nee, nee. Wenn ich sterbe, geh ich drauf. Äh, sterbe, sterbe ich halt. Die sind bei mir, bei uns vom Breach auch. Er ist auch noch auf dem Dach, aber ich denke mal, die werden gleich. Ja, die drohen mich schon aus. Ab und hin. Kommt Sisi weg. Outside Sisi window. Office. Office Hedge ist offen. Ich kann Colin, wenn er orangen springt. Wir haben 4 hours wieder. Kommt Sisi. 4 hours. Hier wird aufgebreached. Construction. Einer ist auf, ist gedrofft. Geht jetzt langsam zur Tür. Er sitzt hier aufging. Breaching ist auf. Up, def you. Sehr schön, Olaf. Letzten ist Outset. Oh. Nice. Ja, nice. Die war, du für dich trefft doch nix. Hör mal, telefonierst einen weg. Boah, direkt vor die Füße. Der Arme. Ja, ich hab die auch abgelehnt. Die war gar nicht fokussend auf das Window. Ja, ich hab sie da schon wieder von haben. Scheinbar. Die hat jetzt tatsächlich keinen Bock mehr auf das Telefon. Die hat sich dann tatsächlich gedacht so, ja okay, dann lass ich mich halt hochspringen. Aber mit Castle kamen sie gar nicht klar, irgendwie, ne? Ja, Scheiße. Die hat noch mal mit, ist kein Problem. Ich nehme YouTube. Ich würde das krass belassen, dass die wirklich mal eine komplette Stammis rausgenommen haben. Die kleinen Schwarz-Krappscher, ey. Oh mein Gott. Ich glaube, die bringen den Breach eher auf. Ja. Oh nein, der Typ ist zurück. Ja. Aber nicht rechtzeitig. Oder? Doch. Das war auch scheiße. Ungünstig. Deswegen lädt es jetzt auch wahrscheinlich die ganze Zeit. Ich hätte ihn früher telefonieren müssen. Hä, ne? War doch perfekt. Ja, ne. Sind zwar nicht mehr reingekommen. In dieses Match. Alles gut. Achso. Für die Runde. Aber das ist okay, Olive. Du hast ein Thema. Ja, du kannst auch gern wieder gehen. Ist kein Problem. Jetzt halt doch nicht den Laden auf. Mal hin. Hinten, Peter. Praxik. Mäh. Mäh. Hat's geschwommen. Mag jemand Garage? Also, Garage, wenn da unten. Jop. Perfekt. So. Ich mach mit. Construction, single balles. Asami? Bär ja hier bitte. Oh nein, 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 nein. Du machst da unten bitte nicht die Tür zu. Nicht die Tür da machen, bitte. Nein, nein, nein. Ja, ist okay. Asami. Oder? Wo komm? Gleich, ich brauche sie. Gleich, hier Barrier. Kiba. Wohin? Auf King. Rein. Wo war der King? Beim Brunenloch, oder? Ja, ja. Jawohl. Ist nicht zu. Ja, ist richtig. Doch, doch. Ist nicht ganz zu, Hold. Ist es? Ne, nicht. Safe. Wenn du von hier guckst, ist hier genug Platz. Oh nein, ja dann. Ja, mach ich nochmal. Ich wollte halt nicht den Mew Jam und zerstörmen. Ja, ist gut. Denn übers Drip auf dem Dach könnten wir eventuell über Schlafzimmer gehen. Ja, mach ich grad zu. Schlafzimmer. Okay. Der Construction habe ich zugemacht, zugekrosselt. Wo sind noch Walls draufgegangen? Unten, alles zu. Okay. Wir haben keine Rotation, zu Garage, okay? Aus dem Camp ist alle weg. Ach so. Ash. War das im Büro, oder ist das? Okay, zu groß. Oh Mann! Es wird zu viel gequatscht, meine Fresse. Jacky ist oben, Bedroom, Hallway. Oh Mann. Nur eben, du rotierst? Ja, ne? Ja, ja. Construction ist für uns... Es war Arsch langsam und laut, aber ich krieg das hin. Wie war das nicht auf dem Kopf? Jacky ist Construction. Oh mein Gott, ja, die haben eine Drohne abgestellt. Oh mein Gott, die ist unten rein, wo? Stage. Lobby. Keine Ahnung, wo die rein ist. Ja, genau der. Nicht durchklicken. Er kann sein Gadget nicht nutzen, da ist ein Mute Jammer. Der ist in clear, Sarah. Hey. Ist inside, ist inside. Ah, nein. Hey. Ja, ich hab's nicht gehört, dass er drüber gesprungen ist. Mann. Nice, da ist noch einer. Oh, das ist ein Traumhalter wird zu viel unnötiger Scheiß-Requetsch. Irgendwelche Undiskutivereien. Und deswegen hab ich, äh, Schleckl nicht mitbekommen. So, null. Nix gehört. Sorry. Ja, ich hab die Logistik gehört. Oh, das ist gut. Alles gut. Nur für die Zukunft. Eine Runde haben wir gewohlt. Schnauze halten, ja? Spass. Nee, das war dann für du mal die Schnauze. Jetzt sei nicht so. Nein, Schock. PCP, sie haben eine Runde gewohlt. Locker, floppig. Was ist denn mit den Gegnern? Sag mal was, die lieben wieder und dann sind sie wieder da. Ist das ein Pink vielleicht? Nee, ne? Vielleicht zocken die nebenbei noch ein bisschen Fortnite oder so. Ich hab keine Ahnung. Nein, ja doch. Der eine ist schon wieder raus, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, die Idee. Und downloaden wir da irgendwas im Hintergrund, wo schauen wir nicht. Oder das? Der, der schon mal rausgeflogen ist, also. Ja, eben gerade war noch ein anderer weg, also. Ja, ja. Die, die sind nicht so viel. CCQ? Auf Wettbewerb. Ja, sind hier oben. Mit Bandit. Aber das sollten wir doch hinkriegen. Äh, haben wir irgendwas, um Elektroscheiße loszulegen? Äh, habe ich irgendwo im P-S? Ich war gerade fragen, soll ich Carly mitnehmen? Ich nehme Carly mit. Ich nehm Carly mit, scheiß drauf. Nehm Carly mit und spawns bei mir. Ich versuche den in das Badezimmer rauszufackeln. Äh, ja. Ich glaube, spawnen wir gerade. Nein, ich bin falsch gespawnt. Jetzt kommen wir mal zu dir. Äh, pass da auf. Bin da an der Hauptseite, Renz. Neuern wollen wir zusammen von dem Garage anrufen. Kann man machen. Wie sieht Cash aus? CC Cash ist auch clear. Sicher? No. Äh, Construction ist jemand. Frost ist dead. Sehr schön. Fenrir. Fenrir in Lodgy. Der Bandit ist dead. Einer ist hier Office hingegangen. Hinten rein saß da. Ja. Ah, äh, ohne, ohne. Hinter uns. Oh, wir sind so. Haben ihn. Ah, super. Ich werde euch smoken. Der letzte war schon mal ein Dottel. Ja. Sehr schön. Ey, das war gut. Ja, gut. Ich lage hier gerade wieder nur als Supporter rum. Das nervt mich. Wo sind meine Kills? Hätte er auch natürlich mit der Sniper, aber das war mir ein bisschen zu unsicher hingegen. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Kann ich mir irgendwie von irgendwem ne Claimer abzocken? Nein. Ich hab keine dabei. So Gym oder sowas? Irgendwie vom Window outside? Ja, kann ich machen. Nice. Je nachdem, was die jetzt spielen, ne? Ja, dann sind sie im Window. Ja. Also, falls sie oben sind. Falls sie unten sind, dann überdenke ich meinen Operator, glaube ich, auch nochmal. Also, ich gehe jetzt mal ganz stabil davon aus, dass sie da oben sind. Ich hab ein Herz. PC sind sie nicht. Ja. Die sind aber oben. Eben gerade war einer Logic Office. Naja, sind, äh, Bedroom wieder, same spot. Okay, alles klar. Dann brauche ich nur Construction, ähm, Window eine. In einem kleinen Eck da. Warden, Garage. Jo. Haben wir da Spaß? Ich hab eine Drohne in Garage. Ja, wir machen Garage Take. Bin aber jetzt gerade nicht in der Drohne drin. Ein bisschen Schiss, dass das... War, Alter, Stormpeaker. Wo? Von Bed. Also Bedroom. War irgendwie absehbar. Ja, Warden, Alter. Äh, for construction, wenn du willst. Ja, ja. Was? Dead hier. Was? Genau, da. Liegt's. Perfekt, danke dir. Schön. Mach ich schon mal die... Bööö, okay. Hier ist nichts reinforced. Single wall in construction. Warden dead. Einer hört sich an wie Office. Lol, lol. Affekt dich, Mann! Stairs. 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 Ja, der war... Und der kam aus dem Office. Ich werde trotzdem einmal breachen. Wir haben ja eh noch Zeit. Ja, 1,45. Gönnt euch. Setz da. Kann sein, dass es Office ist. Ich hab ein paar Fancams aufgestellt. Okay. Na, hast du noch das? One tap. One tap. Kuckuck. Ja, die hat genau dahin geguckt, wo ich aufgebreached hab. Nudel. Da hätt ich die nochmal mit der Stirn gegen den Türrahmen gewandert. Ah, das hab ich da auch gerade gefährt. Ja. Ja. Oh, dass ich mich geholt habe vom Spawnpeaker, ne? Passiert. Ja, deswegen spawnen am besten niemals vorne auf der Seite. Das habe ich auch... Ich geh da einfach rechts rumgegangen. Dann weiß ich das nächste Mal. ...wann gespawnt werden. Genau. Deswegen... Am besten gar nicht auf der Hauptseite starten. Es sei denn, du gehst halt Richtung Garage. Richtung Garage ist vollkommen in Ordnung. Aber nicht Richtung Office, also Richtung Exit Parking. Ja. Da bist du gefunden, das ist so geil. Weil da... Wir haben Visual. Da bist du gefunden, das ist so geil. Wo Spini? Also ich gehe von oben aus. Also Bedroom ist frei. Ja, Bedroom clear. So weit bin ich auch. Die sind unten. Oh scheiße, dann sind die eiskalt unten. Yes. Ja. Okay. Ich bleib mal trotzdem auf Happy Tower. Fuck. Ähm, soll ich irgendwas zum Aufbreachen mitnehmen? Aber Rome, alle, oder? Sieben Location Location. Weiß nicht, wo hast du denn die Cam denn? Da. Ja, maybe nochmal Spawn Peaks vielleicht? Ja, ich versuch über den Tunnel reinzugehen. Witzel, witzel, witzel. In, äh... Okay. Ich weiß wo. Äh... Ich verarschle kein Spawn Peaks hier. Hm. Geh mit Ares mit, weil er das Ei hat. Hey, come on! Wie die in der Elo aber auch teilweise treffen, das nervt mich. Seht ihr noch der? Ja. So, hab eins. Was? Da war aber noch einer an Bar. Der wird ja wahrscheinlich, ne? Hä? Ich seh sie halt auch nicht. In Tunnel, oder? Ja, in Tunnel haben wir eine Valkyrie. Kommt, Oli. Oli. Wo denn auch, Mann? Ja, ich war in der Cam in dem Moment wieder. Das ist so anlacky. Äh, deswegen gehe ich so umgern. Geht wieder hoch. Komm, man will den Defyser, nicht der, mir jetzt nur einem nicht. Ich will den Defyser eben. Ja, pass auf, Regen, ey. Äh, Valkyrie. Valkyrie. Blät. Das ist hier. Ja, so geht's ja auch. Spot clear. Ey, zumindest. Ja, warte, ich will eben kurz Stock, äh, ne, ne, nicht jetzt so schnell vorgehen. Ich drohne gerade. Okay. Ihr beide drohnt. Stock ist frei. Rausch ist frei. Fag aber trotzdem meine Cam hier hin. Ne, wir noch in Tunnel. Ne, auf L-Sat. L-Sat. In Blue bei dir. Oh, lol. Oh, lol, Alter. Ah, die war direkt an der Dorn, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt Eiskalt, zwei Mashes, nicht einen Kill, ne? Doch, im letzten. Das war's schon. Keine Ahnung. Ja, ja. Achso, ich dachte, komm. Ja, Leute. Dann war's auch wieder mit dieser Map. Äh, über einen Daumen hoch, einen Kommentar würden wir uns freuen. Checkt auf jeden Fall nochmal die Videobeschreibung ab. Da sind die Kanäle von Ares verlinkt, YouTube und Twitch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mit noch mehr Kills. Ja, hoffe ich doch. Schau doch rein, ne? Bis dann, ne. Tschüssi. Tschüssi. Schau dann diefigurungenährte. Tschüssi.